Was ist eine Latexmatratze und für wen ist sie geeignet? Latexmatratzen sind für ihre Bohrung bekannt, nämlich für ihre Löcher in der Ober- und Unterseite im Schaum und es ist so, dass sie einen netten Nebeneffekt hat, nämlich darüber lassen sich die Zonen super steuern und die Luftzirkulation wird verbessert. Was die wenigsten allerdings wissen, ist, dass diese Löcher nur diesen Nebeneffekt haben. Der eigentliche Hauptgrund dafür ist aber in der Herstellung. Und wie entsteht eine Latexmatratze? Eine Naturlatexmatratze entsteht aus dem sogenannten Kautschuk, nämlich vom Kautschukbaum. Vom Kautschukbaum wird die Rinde eingeschnitten und es kommt ein flüssiges Material heraus, ähnlich wie beim Harz, was die Grundlage für spätere Latexmatratze ist, nämlich das flüssige Kautschuk. Das flüssige Kautschuk wird dann in der Matratzenproduktion in einer Form gegossen. Es kommt dann von der Oberseite eine Platte hinunter mit den Heizstäben und genau hier ist nämlich der Grund, warum die Latexmatratze diese Löcher in der Matratze drinnen hat, nämlich durch die Heizstäbe. Und die sind über die ganze Fläche verteilt, um die Temperatur über die gesamte Matratze einheitlich zu halten, damit sie auch überall gleichmäßig backen kann. Also so nennt sich dann dieser Prozess. Und sobald das abgeschlossen ist, muss die Latexmatratze nur noch abkühlen, zugeschnitten werden und kann dann weiter verarbeitet werden. Und nun habe ich die ganze Zeit gesprochen von der Naturlatexmatratze. Aber es gibt auch einen synthetischen Latex und es stellt sich natürlich die Frage, ist Naturlatex oder synthetischer Latex besser? Und hier gibt es kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern es ist eben auch eine persönliche Entscheidung. Möchte man das so oder so haben? Generell kann man sagen, eine Naturlatexmatratze besteht aus mindestens 51% Naturlatex und kann aus bis zu 49% synthetischen Latex bestehen. Es gibt dann auch noch 100% Naturlatexmatratzen. Hier ist es so, dass dann wirklich auch knapp 100% drinnen sein müssen. Es müssen nämlich noch so 3, 4, 5% noch andere Stoffe mit rein, damit eine Latexmatratze auch wirklich diese Langlebigkeit hat, diesen Komfort hat, dass das auch alles so zusammenbleibt. Und dementsprechend, also 100% gibt es nicht, aber es gibt es dann auch wirklich fast alles aus Naturlatex entsteht. Und beim synthetischen Latex ist es so, dass halt eine industrielle Fertigung ist, chemische Substanzen reinkommen und dementsprechend, wie es der Name schon sagt, eine synthetische Nachempfindung einer Latexmatratze ist, also aus Naturlatex. Und die Unterschiede zwischen Naturlatex und synthetischem Latex ist, dass Naturlatex eine längere Lebensdauer hat, ist auch etwas fluffiger als synthetischer Latex und ist halt auch um einiges dauerer als wie synthetisch Latex. Also da musst du dir halt einfach vorher schon Gedanken drüber machen, was jetzt von beiden für dich geeignet ist. Und synthetischer Latex hat auch mehr chemischen Geruch als Naturlatex. Und solltest du dich jetzt für eine Naturlatexmatratze entscheiden, dann solltest du auch unbedingt auf Zertifikate achten, denn diese Produkte sind eben doch deutlich teurer und dementsprechend verwenden hier viele Hersteller auch Zertifikate, um dann noch einmal zu belegen, dass die Produkte, die Materialien, die verwendet werden, auch wirklich hohe Qualitätsstandards haben. Für wen ist eine Latexmatratze geeignet? Latexmatratzen sind geeignet für Bauch, Rücken, Seiten und auch Mischschläfer, sowohl als ruhiger als auch als unruhiger Schläfer, denn eine Latexmatratze hat wirklich einen angenehmen Komfort, also man sinkt ja auch gut ein, also es ist generell eher weicher und wirkt von der Temperatur her temperaturregulierend, eher sogar etwas wärmend, nur minimal, weil es eben dann weich ist und man umschlossen wird von der Matratze. Also ich bin generell ein großer Fan von Latex, weil ich das halt sehr angenehm finde, ist halt aber auch der große Nachteil, dass halt Latexmatratzen doch sehr teuer sind und manche andere Schaumarten dann eine deutlich bessere Preisleistung haben und Latexmatratzen haben halt auch noch den riesigen Nachteil, dass sie extrem unhandlich sind, sie sind schwer und somit das Matratzenwenden, da musst du schon ein bisschen Kraft mitbringen und wenn du dir eh vielleicht schon so schwer tust im Alltag, mit Sachen heben, mit Gehen und sonstigen Themen, dann ist eine Latexmatratze jetzt nicht geeignet für dich, dann rate ich dir eher auf weichere Schaumarten zu greifen, da gibt es eben auch Gelschaum, Kalkschaum, Komfortchaum, die auch natürlich Komfortchaum ist jetzt nicht so hochwertig, wie zum Beispiel ein Gelschaum, der auch extrem gute Komforteignschaften mitbringt und dementsprechend, also wenn du dir eh schon schwer tust, schwer zu heben, greif nicht zu einer Latexmatratze an. Und das Letzte ist dann noch, dass die Zoneneinteilung nicht so gut funktioniert, wie bei Schaummatratzen, also bei Latexmatratzen, ist es so, dass es nur bedingt zu Zonen kommt und dementsprechend musst du hier sehr viel aus deinem Lattenrost ausarbeiten, dass du wirklich die Zonen genau auf dich einstellst und das musst du einfach nur wissen und wenn du jetzt wirklich extrem breite Schultern hast, dann hast du eine extrem breite Hüfte, dann solltest du entweder einen hochwertigen Lattenrost investieren oder dir eine andere Matratzenart suchen. Was unterscheidet eine gute Latexmatratze von einer schlechten Latexmatratze? Da gibt es jetzt sechs Eigenschaften, auf die wir jetzt der Reihe nach eingehen werden. Das Erste ist die Höhe deiner Matratze. Natürlich, je höher, desto mehr Material ist auch notwendig, desto teurer wird die Matratze. Dementsprechend solltest du nicht eine unendlich hohe Matratze haben, sondern wir empfehlen hier immer eine Mindesthöhe von 18 cm zu haben, mit der entsprechenden Kernhöhe auch. Ab 25 cm spricht man von einer Premiumhöhe. Und bei 18 cm, das ist so genau die richtige Höhe, dass die Schultern und Hüfte tief genug in die Matratze einsinken können. Ist die Matratze niedriger, hast du einfach nicht genügend Platz, um einsinken zu können. Die Matratze wird dadurch auch gefühlt härter, nachdem du schon am Boden unten quasi ankommst. Und somit liegst du nicht mehr richtig. Und 18 cm ist so die optimale Höhe, also die Mindesthöhe. Und der zweite Faktor ist dann die Kernhöhe. Du hast ja bei einer Matratze die Gesamthöhe, innen ist die Kernhöhe, also vom Latex und von sonstigen Schaumarten, was du drinnen hast, und den Bezug oben und unten dazu. Und bei der Kernhöhe solltest du mindestens 16 cm haben, damit du eben auch genügend Platz drinnen hast. Wenn jetzt der Unterschied zu groß ist, heißt das, dass sehr viel Füllmaterial drinnen ist, also unterhalb vom Bezug. Und das ist zwar auch komfortabel, das macht das Ganze flauschiger, aber ist jetzt von den Liegeeigenschaften nicht so gut, wie wenn du viel Latex in deiner Matratze hast. Aber auch der dritte Faktor, nämlich der Anteil vom Latex, ist natürlich entscheidend, ob deine Latexmatratze hochwertig ist oder nicht. Wie vorher schon erwähnt, ist natürlich ein Unterschied. Synthetischer Naturlatex, möchtest du lieber teurer schlafen und natürlich schlafen, oder möchtest du jetzt günstig einen synthetischen Latex? Natürlich sind da verschiedene Ideen dahinter, wie du es haben möchtest. Möchtest du eben das wirklich ein gutes, hochwertiges, natürliches Produkt haben, dann schau unbedingt darauf, dass du 100% Naturlatex hast. Also es wird immer als 100% deklariert, aber wie gesagt, 3-5% sind auch andere Sachen drinnen, was völlig in Ordnung ist und was auch top ist. Schau da unbedingt auf die Zertifikate. Oder wenn du sagst, nein, Latex ist Latex, ist mir eigentlich eh egal, dann bist du mit einem synthetischen Latex eben auch gut aufgehoben. Der vierte Faktor für eine gute Latexmatratze ist das sogenannte Raumgewicht. Das Raumgewicht gibt an, wie viel Material pro Kubikmeter verwendet worden ist. Je mehr Material drinnen ist, desto langlebiger wird das Ganze, weil durch den ständigen Druck, durch das ständige Bewegen im Bett, geht immer ein Teil der Struktur drinnen kaputt. Und je mehr Material drinnen ist, desto öfter haltet das das durch und die Matratze ist nicht so schnell durchgelegen. Im Gegensatz, wenn du ein niedriges Raumgewicht hast oder wenig Schaum verwendet, ist die Matratze schneller durchgelegen. Wir empfehlen generell, ein Raumgewicht von mindestens 40 Kilogramm pro Kubikmeter zu verwenden. Je höher, desto besser. Und du hast jetzt hier auch noch den Unterschied, dass jetzt Visco-Schaum und Latex sind nicht so offenporig, dementsprechend auch von sich aus, also von Natur aus, ein höheres Raumgewicht im Gegensatz zu Komfort-Schaum, Kalt-Schaum oder Gelschaum. Dementsprechend Visco-Schaum und Latex kannst du vergleichen, die anderen drei kannst du mit dem Bein nicht so gut vergleichen. Der fünfte Faktor sind dann die Liegezonen. Hier ist es so, dass ja die Schultern und die Hüfte unterschiedlich tief einsinken müssen, wie der Kopf und die Beine und die Teile. Die müssen dann wieder anders gestützt sein. Dementsprechend ist es hier weicher. Also bei Schulter und bei der Hüfte. Und das sind dann eben die sogenannten Zonen. Wir empfehlen mindestens fünf Zonen zu haben. Besser wären sogar sieben Zonen. Bei hochwertigen Matratzen ist es sowieso so, dass du sieben Zonen schon standardmäßig drinnen hast. Und der sechste Faktor ist dann der Härtegrad. Der Härtegrad gibt an, wie hart oder weich deine Latex-Matratze ist. Du kannst generell unterscheiden in H1, H2, H3, H4, H5. Je höher diese Zahl ist, desto härter ist deine Matratze. Und das ist natürlich wichtig, weil eine Person, die 100 Kilogramm wiegt und 200 Zentimeter hoch ist, verteilt das Gewicht anders, wie eine Person, die 100 Kilogramm wiegt und nur 150 Zentimeter groß ist. Und dementsprechend sollte das dann auch auf dich angepasst sein, weil eine leichte Person braucht nicht so eine harte Matratze wie eine schwere Person, die natürlich einen dementsprechenden Gegendruck noch einmal von unten benötigt. Ja, und ein Thema, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist der Preis deiner Latex-Matratze. Naja, teuer ist nicht immer gleich besser. Also wir haben schon oft genug mitbekommen, dass eine Matratze zwei bis dreimal so teuer ist, obwohl das Innenleben das gleiche ist. Der Hersteller, also das Werk, wo die Latex-Matratze das verlassen hat, genau das gleiche ist zwischen Marke A und Marke B. Der einzige Unterschied dazwischen ist die Vertriebsstruktur. Und wenn du jetzt missen möchtest, wie es sein kann, dass eine Matratze zwei bis dreimal so teuer ist und trotzdem das gleiche Produkt ist, dann empfehle ich dir, dieses Video anzusehen.